Mein Name ist Uwe Jasnoch und ich bin der Vertriebsleiter für Geospatial in Deutschland. Unser Unternehmen hat weltweit rund 3.500 Mitarbeiter und wir decken alle Bereiche des Geo-Themas ab, von der Erfassung, zur Analyse, zur Präsentation, zur Verteilung. Also wir nutzen die Intergeo, um unser neues Produktrelease von Geospatial anzukündigen und ausgewählte Gäste zu zeigen. Und wir freuen uns, dass wir hier auf der Intergeo zusammen mit der Post unsere gemeinsame neue Kooperation darstellen zum Thema demografischer Wandel und wie kann man ihn mit guten Daten managen. Also wir richten uns an die Zielgruppe von Institutionen, Behörden, Einrichtungen, die Geodaten benötigen, um ihre Prozesse zu optimieren. Also Intergrafenkombination mit Hexagon ist einer der wenigen, die das Thema Dynamic GIS vollständig abdecken kann, sprich von der Datenerfassung von Sensoren, Luftbilder, Satellitenbilder bis hin zur Auswertung unterstützen wir den kompletten Arbeitsablauf.